Musik Wir haben neben dem Anspruch, dass wir Teambuilding hier, das heißt also, die Vertiefung unserer guten Zusammenarbeit betreiben auch den Anspruch, harte Ergebnisse aus dieser Klausurtagung zu erbringen. Deswegen beschäftigen wir uns heute mit einem Wohnungsbau- und Mietpaket, das wir auf die Reise bringen werden. Zu diesem Wohnungsbau- und Mietpaket gehört der Start des Baukindergeldes. 12.000 Euro pro Kind in zehn Jahren gibt es an staatlicher Förderung für den Erwerb von Eigenheimimmobilien. Das ist unser gemeinsames Ziel, das wir im Koalitionsvertrag ja aufgeschrieben haben. Jetzt geht es an die Konkretisierung. Alexander Dobrindt danken wir herzlich für die Einladung hier auf die Zugspitze. Es ist auch ein Symbol dafür, die Koalitionsfraktionen auf der Höhe der Zeit. Und wir beschäftigen uns auch mit Themen, die in der heutigen Zeit wichtig sind. Ein großes Bauprogramm ist angesprochen worden, das Thema Klimaschutz. Wir werden auch auf dieser Klausurtagung zwei Enquetekommissionen beschließen, zur Bildung und digitalen Arbeitswelt und zu der Digitalisierung überhaupt. Also auch da zwei zentrale und wichtige Themen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.